Es geht um zu bitten, dass er vielleicht hier mit einem Gericht verhindert, dass ich überhaupt den Wien antreten kann. Die Konvenziösität, diese konvenziöse Gerichterstattung haben wir jetzt von vielen gerechnet, wo falsche Zitate im Fernsehen zitiert worden sind, oder wo bei einer Veranstaltung der örtlichen Partei Menschen hier geteilt worden sind, die eigentlich mit uns nichts zu tun haben, und dort den Eindruck vermitteln, dass es wirklich manipulativ ist, dass wir ein echter Wegzustand sind, wo wir nicht tun werden. Das ist leider gut, dass es mir wieder einfach passiert, und das kann man nicht erkennen.